Bei Operationen werden täglich weltweit Millionen von Saugspülsystemen eingesetzt zur Reinigung von Operationsfeldern. Nach einer Laufzeit von circa drei Minuten wird das alles komplett entsorgt. Wir haben mit der Bluda Varsch so einen Hybrid, möchte ich einmal sagen, aus einem Bauteil, was aus Kunststoff besteht und einer wiederverwendbaren Antriebseinheit, die wieder und wieder gebraucht werden kann. Wenn man als Ingenieur die Herausforderung hat, ressourcenschonend zu konstruieren, hat man eine gewisse Anstachelung, dass man halt leisten möchte, was andere nicht geleistet haben. Man muss den Mut haben, Sachen zu tun, die andere noch nicht gemacht haben. Im direkten Vertrieb, bei dem man mit Kaufleuten zu tun hat in der Klinik, stößt man immer wieder darauf, dass die Leute völlig erstaunt sind, welche Möglichkeiten es gibt, Material, Ressourcen und auch Geld einzusparen. Von daher ist die Resonanz in den Kliniken umwerfend. Wir haben von Anfang an halt immer als Maxime bei uns in der Entwicklung gehabt, dass wir ein Produkt haben, das so leicht wie möglich ist, so wenig Ressourcen verwendet und sinnvollerweise auch ressourcenschonend ist. Wenn man das will, und das haben wir jetzt hiermit bewiesen, funktioniert das und wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten Produkte.